einen wunderschönen guten abend wünsche ich hallo und herzlich willkommen zum nächsten gta rp stream gott da verspreche ich mir schon direkt und hallöchen christian und hallo nikola ich hoffe ich geht es gut bei mir ist es heute noch so lala deswegen weiß ich nicht wie lange das heute überhaupt gehen wird aber ich wollte wenigstens mal kurz reinschauen und ein zwei dinge in erfahrung bringen weil jenny hatte da ja so eine idee dann gucken wir mal rein was ist geschafft ich bei der arbeit zu verletzen das klingt nicht gut okay das ziehen wir an ach das war das was 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 Ich glaube, ich ziehe das an. Vielleicht aber nicht mit denen. Dann lieber er das. Ah, Moment. Eine Sarah habe ich noch vergessen. Achso, habe ich ja jetzt... Ja. Hallöchen, Tiana. Alles gut bei dir? Ah, Moment. Das muss ich noch. Warte mal. Ein Gerüst abgebaut und dann eine Stange mir auf den Fuß zu stellen. Und dann im Einladen auf Anhänger die Haut leicht abgerissen. Aber es geht wieder. Morgen ist übrigens soweit. Morgen ist soweit. Was ist soweit? Was habe ich jetzt vergessen? Ja, bei mir geht's soweit, ne? Also, ich bin ehrlich gesagt immer noch schlapp. Aber ich lag den ganzen Tag wieder nur im Bett und wollte jetzt unbedingt einfach was machen. Und dann dachte ich mir, kann ich ins RP reingucken? Weil da wollte ich mit Jenny sowieso noch ein paar Sachen mich erkundigen zu. Achso, Entschuldigung. Dein Geburtstag, ja. Ich bin krank und mein Chef glaubt das nicht. Och, äh. Das ist... Das ist echt... Also, ich weiß immer nicht... Wenn man krank ist, ist man krank. Das macht man ja nicht mit Absicht und man sucht sich das ja nicht aus. Und ich hasse das, wenn das dann so dahingestellt wird. So. 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 Warum musst du dein Auto stehen lassen, was ist passiert? Warum musst du dein Auto stehen lassen, was ist passiert? Warum musst du dein Auto stehen lassen? Warum musst du dein Auto stehen lassen? Warum musst du dein Auto stehen lassen? Ich weiß nicht, fürs Telefonieren bin ich gerade nicht. Das klingt schon fast so, als hätte er die Nummer nicht leiden, weil du gut mit denen kannst. Das ist mein zweitname. Wie geht's denn? 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 Hmm. Das Ding ist halt einfach komplett leer. Da wird Ginny auch nichts reinschreiben. Ich suche aber was. Weiß noch nicht, wo ich das finde. Das Ding ist halt einfach. Aufheberungsvertrag, ja. Also, dich maßregeln dürfen die in erster Linie immer. Es kommt nur auf die Art und Weise drauf an. Wenn sie dich anschreien, dann definitiv nein. Das ist verboten. Dafür kannst du die sogar anzeigen, wegen Körperverletzung. Er ist bei Brodinger, schau mich. Ich glaub's nicht. Bei mir ist... ...mehr jetzt... ...verweit. Zumindest gerade. Ach. Hat das jetzt einmal auf? ...und du hast die Chance direkt genutzt? Fragezeichen. So. Bei mir geht's soweit. Zumindest gerade. Hat das jetzt einmal... ...auf und du hast die Chance direkt genutzt? Ich weiß aber jetzt nicht, wo finde ich das? Und zwar, damit ihr überhaupt wisst, was Sache ist. Ähm... Jenny hatte gestern Toni erzählt, dass sie eine Idee hat. Und zwar, dass sie sich gerne beim Kasa anmelden würde für Grafikdesign. Dass sie Designs halt, so Logodesign und so, für Firmen machen kann. Dafür gibt's Maße für Header und Signatures. Und die brauche ich. Und die sollen irgendwo auf Venture zu finden sein. Okay. 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 Und nein. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt habe ich da wenigstens die Maße. Ich musste mir noch einmal das Bild daraus kopieren. Gucken wir mal, ob das bei einem anderen auch noch so ist. So, jetzt habe ich da wenigstens die Maße. So, jetzt habe ich da wenigstens die Maße. So, jetzt habe ich da wenigstens die Maße. Moment, das muss ich mal kurz in mein Dokument reinschreiben, sonst verliere ich die Maße wieder. So, jetzt habe ich da wenigstens die Maße. So, jetzt habe ich da wenigstens die Maße. Grafik Design. Maße Header und Signature. 59 mal, was war das jetzt? 30 oder 50 mal. 250. Das ist so die Maxime. Wo treibst du dich denn rum? Äh, ich stehe gerade noch bei uns zu Hause. Äh, wo? Wie, wo? Äh, wo? Äh, in der Garage? Ich kann überhaupt sehen. Ich stand, äh, Richtung Highway. Oh, ja, da gehst du tatsächlich unter. Willst du reinkommen und gucken, was ich jetzt geholt habe? Ja, komm. Okay. Du bist doch tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Ja, da stehe ich aber häufig. Vielleicht auch einfach nicht darauf geachtet, dass da jemand stehen könnte. Das ist ja nicht schlimm. Ich hab grad so, hä, Auto steht doch noch da. Wo ist die? So. Oh. Wurden noch mehr von den Hemden? Geht das? Das war jetzt wirklich einfach nur ein Griff. Einfach, dass was sein könnte, weiß ich nicht. Das hat aber irgendwie was. Fisch. Raum und Mustern. Das sieht auch gut aus. So. Das ist die Tasche. Äh. Warte. Da. Hm. Dann war das in dunkelrot. Mhm. Da hab ich mir jetzt fast eine Sakko dafür geholt. Mhm. Das Ding weiß. Da war ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich das nicht schon habe. Oh ja. Ach, hab ich. Super. Fängt schon an. Dann das ganze Ding mit dünnen Streifen. Ja. Davon hab ich mir ein paar geholt. Das sind so lockere. Die sehen sehr gut aus an dir. Da hab ich bei Afrodonis zum Beispiel gar nicht gesehen. Okay. Brödinger hat also andere Sachen. Das heißt, ich muss auch zu Brödinger. Ja. Ja, siehst du. Äh. Haben noch offen, hab ich. Und sie sind noch relativ voll. Hm. Also, was Sachen angeht. Hm. Da brauch ich sowieso dann deine Meinung nach. Weil das ist ja doch eher schick. Und da kennst du dich besser mit aus. Aha. Ist das so? Ja. Okay. Soll ich ja schon wieder mehr Platz schaffen. Echt? Jetzt geht das schon wieder los? Ja, ich hab tatsächlich eben erst, bevor ich los bin, hab ich erst den Schrank so halbwegs sortiert gehabt. Guck wie viel Platz ich so brauche. Aber dann hab ich nicht damit gerechnet, dass ich so viele Klamotten nochmal hole. Aber für den Schrank unten, da werd ich ja mal gucken. Da werd ich vielleicht mal Momo anrufen vom Cif Shop, ob die vorbeikommen will, sich das vor Ort anschauen möchte. Hm. Wenn sie davon was haben will, dann können sie das mitnehmen. Ich hab ehrlich gesagt auch keinen Bock das alles in Kartons zu packen und zu dem Planer zu schaffen. Verstehe ich. Das ist eher so mein Problem. Also was das angeht, bin ich auf jeden Fall gut ausgestattet, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ist ja schon fast unwiderstehlich. Das kann ich aber nicht einsortieren. Das ist mir doch egal. Okay. Na gut. Jetzt brauche ich dafür. Ah, ah, ah. Bis dahin. So, wenn ich trage nochmal eben zu Ende ein. Ich würde uns aber eine Liste machen an Sachen, die ich schon habe. Und du würdest das trotzdem alles Stop it kaufen? Ja, wenn ich weiß was ich hab, dann vielleicht nicht. Meinst du echt, du gehst die Liste durch, bevor du einkaufen gehst? Wenn ich das über mir so, also wenn ich das so über mir im Beutel habe, vielleicht, ja. Ja, dann mach schon mal Inventur. Klingt so ein bisschen danach, ich weiß. Hätte ich das jetzt eigentlich schon an? Ach doch, das war das, ne? Ja, okay. Ah, ich hab eben grad schon 1750 Dollar da gelassen. Meinst du, das wird jetzt gleich nochmal passieren? Ich hab so das Gefühl, ja. Läden sind aktuell nicht gut für mich. Oder nicht gut für meinen Kontostand, besser gesagt. Ja, versteh ich. Habe ich mich nicht beschwören können, ich hatte eine Tüte und vier Hemden rübergereicht. Ich hab aber auch wieder drei gerade gehabt. Ähm, okay. Ja, vielleicht haben sie das auch wie, weiß ich nicht. Äh, die Karte hab ich. Ach so, ach du hast beide. Ja, äh, die Anna liegt bei Cypress. Nein, nicht dein Ernst jetzt. Doch. Mal kurz vorbeifahren, das holen. Kurz? Meinst du, es bleibt bei kurz? Aber nicht, dass es aktuell auch hier großartig rumläuft, weil heute Morgen kam die Nachricht, dass Importstopp ist. Was? Jo, Hafen, äh, also Schiffe können ich mir anlegen. Nicht ernsthaft. Ja, doch. Hm? Also würde ich irgendwas mal behaupten, wenn Importstopp ist und Hitze und sowas, dass auch wieder Probleme sind. Ne, du wolltest doch bei Cypress anfangen, ne? Das ist doch jetzt perfekte Möglichkeit. Jetzt ist richtig Ruhe. Toll. Ja, Luna? Warte mal, Luna hat mir bestimmt heute wieder die Offen... Hier, hast du nicht. Die Hauslandsstelle habe ich. Gut. Die Rufnummer für Special Anliegen. Special? Ja. Ja. Okay, nach den ganzen Shopping-Trips muss ich eigentlich mal wieder arbeiten, ne? Ne. So viel Geld kann ich in den nächsten Wochen nicht verdienen, wie ich jetzt die Tage rausgeworfen habe. Ja, ich musste das immer noch überweisen. Ah, aber die Ruhe. Ja, ich pleite. Ja, trotzdem. Ähm, könntest du vielleicht einmal eben hier bei der Tankstelle halten? Ja, klar. Wieso? Weil ich einmal dringend auf Toilette muss. Oh, klar. Ich muss einmal eben schnell weg. Ich komme mit Eing Glitter. Ich komme mit Eing Gitarren. Ich gehe mit Eing Gitarren. Und ich gebe mit Eing Gitarren. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, da bin ich wieder. Meine Katze hat Chaos in der Küche gemacht. Das musste ich eben grad, also da, ja. 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 Alles gut. Ja. Kein Poltergeist gesehen? Nee. Okay. Zum Glück nicht. Was denn? Alles gut. Okay. Das sind tolle Tiere. Ja, oder? Ja. 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 Ein bisschen verfressen, aber sonst. Mhm. Sehr verfressen. Jo, alles klar, dann haltet durch, aber habt trotzdem einen schönen Tag. Und dann sonst jetzt aber erstmal einen schönen Abend, schöne gute Nacht, so. Ja. 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 Ich bin nur morgens heute hier, ne? Bitte was? Mhm. Meins management. Aber manchmal macht ihr mir Angst. Seit 9 Uhr? Auch so was ja. Müssen wir mal nachschauen. Ob ich morgen da bin, weiß ich nicht. Das klingt davon ab wie ich mich morgen fühle. Hallo. 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 Und die haben Schinkenscheiben. Ja. Aber auch Schinkenscheiben. Ja. Habe man nicht mehr. also müssen wir sie durch drei teilen fertig wenn gegen die mich ja quasi nur eingestellt werden dazu wo hat mich gefragt ob sie bei uns arbeiten wird gut jetzt mit importstoff und sowas das ist das allerletzte ganz ehrlich ist es irgendwie wegen weil die schiffe nicht mehr in den hafen kommen ja genau da hatte mir letztens schon was du erzählt dass es sein könnte aber nicht das ist vor drei wochen das erste mal aufgefallen dass der pegel sinkt weil die container schiffe da drüben fort waren auf einmal wir haben extra reduzierte kühler weil man nicht was zu wenigen stromschwankungen und die brechen uns jetzt gerade den hals also heute natürlich kann heute morgen das mit dem import raus und zu heute sind die ersten bestellungen mit mehreren hundert bis knapp 1000 schenkenscheiben sozusagen und unsere lager sind knackenleer diesen knackenleer mit absicht war wir aus dem import holen wollten ja klar herzlichen glück und schön ja gut muss endlich mehr als die unternehmen sagen ja geht halt nicht können wir auch nicht ne ich meine die unternehmen wissen ja eigentlich auch bei dass das passieren könnte das wurde ja immer kommuniziert dass wir aktuell probleme haben bleibt jetzt erstmal damit leben würde ich sagen ja dann wird es nicht gehen meine wasser ist auch nicht besser wir kriegen kein wasser mehr auf der insel die einzige wasser überhaupt mal rankriegen das ist sowieso denn jetzt eine katastrophe wenn die produziert jetzt auch nicht mehr selbst wenn die produzieren könnten wir wollen sich die kontinuier auch alle unterstauen aber ist auch kaputt ja wenn es ganz üble sache ist gut aktuell hier auswandern ist eine gute idee ich habe ja schon zwei wochen in der wüste üblich kommt klar es gibt möglichkeiten ja kakteen zum beispiel die speichern vier ausräumen kann man den nächsten durch die wüste umziehen und dann schott im haus oder wüste ich habe meine einkaufen gehen und ich habe meine einkaufstüte lassen im spinn und ich kann noch einen karton alternativ land und die das das macht sich immer so schlecht im laden so in diesem karton das freut mich zu hören ich habe da die umzugskottel gestapelt nichts im schrank das freut mich zu einfach komplett einmal leer gemacht den schrank und einmal dann shoppen gehen naja genau so wirklich angenehm gut ich war kurz die tasche das das ist nicht so schlimm jetzt mittlerweile mit dem wasser das ist wirklich krass man kriegt das ja so am rande immer nur mit das was da von observer oder so gepostet wird aber es wird halt auch nicht thematisieren so rein die wasser wenn das so weiter geht hält das nur noch zwei wochen ich finde das ist schon eine sehr wichtige info ja ja schon aber laut Kasa ist auch ein schiff unterwegs mit viel wasser also vor drei wochen schon aber es hat keiner was davon gehört oder ich wusste dass es hier unterwegs ist wow und war wahrscheinlich auch nicht da in der zwischenzeit bis jetzt auch nicht nicht dass ich wusste das steht mir aber auch voll ist voll meine farbe das steht aber auch nämlich gut ja ja unterstreicht deine augen oder wie war das ja ja mal sehen was dann so die nächsten wochen abgeht weiß nicht hat Luna irgendwie eine info wenigstens gehabt wie lange so der status bleibt jetzt tiernotfallklinik warum das denn ja ist ja abhängig vom Wetter ich hoffe da ist jetzt nichts schlimmes ja echt schwierig jeder ahnung ich weiß noch nicht mein problem ist letztes jahr ist der import auch da und gewesen bei der hafen ja eben an glücklicherweise im urlaub ich auch davon nichts mitbekommen also nur am rand aber diesmal kriegs ja voll ab das nervt mich schon aber jedenfalls weiß ich nicht wie das abgelaufen ist damals aber wir hatten noch volle fleischlager und so da könnte man ein bisschen aufteilen auch jetzt hier wird interessant wissen die unternehmen das schon dass wir nichts mit kriegen oder weiß ich nicht sollten wir vielleicht offen kommunizieren sonst steigen uns nachher die unternehmen aufs dach tja dann muss Luna zu Lana entscheiden zu Luna wird auf jeden Fall keine Panik ausbricht irgend sowas hat sie gesagt wir machen erstmal keine Panik oder so ja aber spätestens also wenn wir jetzt einzeln an die unternehmen herantreten und sagen ja Leute wir kriegen eure bestellung nicht weiß wie schnell sich das rumspricht und da heißt es ja Cyprus verheimlicht dass wir nichts mehr an Land kriegen hier dann sind wir nachher die bösen tja keine Ahnung ich weiß auch nicht dass Kasa informiert ist oder irgendwie sowas weil die haben wir immerhin die Krisenstäbe die so unheimlich wertvollen weitverschwendungsdauer die war doch gestern ne war sie eben nicht wir waren da es war keine Sau da ach cool weil wir haben sie auch nicht mehr Bescheid gesagt dass keine Krisen sitzen müssen die waren nur abgleich dann müssen die auch nicht Bescheid wissen dass sie keinen Import mehr haben das ist halt der Punkt wir sind sowas von liegen gelassen worden ja also dann sollen sie halt sehen wo der Fahrer weg ist das ist halt doch selbst die Protokolle von den letzten Sitzungen das war's hat er sich wehgetan war bescheuert ey dann haben sie große Fressung das brauchen sie doch nicht das sind doch Behörden Behörden haben sind allmächtig ja sind sie auch ja 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 mächtig an einem Schädel ja ja und das äh das scheint ja dann noch lustig werden zu können das wird auf jeden Fall lustig ja ja fahrt weiter ja 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 das ist einfach weg das ist einfach weg das Kaser steht da ja sie hat noch zwei Tage Zeit das Wasser muss ja auch sein für eine Millionenstadt weißt du ja klar überhaupt keine Ahnung überhaupt nicht ja ja Kaser kannst du aktuell eh in Internet treten mhm das ist ja was der auch Chrissy erzählt hat und so weiter über das was jetzt noch mehr ins Abgang da passiert mhm mhm ach Gott der arme aber geht's jetzt wieder da will ich mal gar nicht drüber reden ja ja vor allem gerade bei Rainy ist grad aktuell so wichtig durch diese Hitzewelle und allem drum und dran und das Kaser scheißt halt einfach drauf ja baut alles seine Zeit haben sie zu Chrissy gesagt ja dann wird sie noch blöd dumm angemacht im Kaser wenn sie da mal ein bisschen Nachdruck verleiht mhm soll man davon noch halten wirklich da gibt's ja nichts ohnehin ok das ist gut ja naja schlussendlich steht nachher das PD oder sowas wieder da und spielt sein großer Retter auf von allem und jedem weil das Schlimme ist die müssen ja jetzt hier nicht auf Wasser verzichten weißt du weil die Behörden die kriegen sogar Softdrinks woher denn ja das ist mal noch ne andere Sache aber wir haben die haben beliefert die brauchen da ja die Tränke ja gut jetzt auch nicht mehr ne ja Sportstopp heißt Importstopp ja aber hey wir haben noch 12 Kise 12 Bixen Kohlenauflager hier ja die sind für uns ja machen wir Party machen wir am Toros richtig mit Wasser strecken ja damit es nicht mehr in Europa schmeckt naja wir haben schon einige Krisen hinter uns gebracht das wird auch noch ja natürlich mich erinnere nur dass man so liegen gelassen wird und hinterher hat uns ein Auto rum ja ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin wieder da eine Herzattacke ja hast du recht ja warum in meinem Alter ich bin 5 Meter gerannt hallo ich bin 5 Meter gerannt hallo oh boah ne ne 3 oh schon 2 hallo so also du willst ausfahren ja wer ich wenn die du bist gemeint ja äh ne rüber und Noah sagt es geht klar ja wenn er mich gefragt hat Mike Maik brauchen wir jetzt ein oder zwei Leute im Office einmal hier unten bei ähm im Office ist jetzt nicht äh spielt jetzt keine Rolle dann auf jeden Fall hier unten wär schon cool beim Lieferungsraum mindestens einer ja ok aaaaaah dann sollen wir mal den Ausweis zeigen äh jetzt witzig doch viel Spaß ach du boah mach einfach vor Kreuz oder wie darf man das abkürzen also so ganz normal anzuschreiben ja selber Genie genau der hintere Teil meines Nachnamens oh ja kommt der her der Name äh Arizona native oh okay ich wollte grad fragen ursprünglich also quatsch denn kann man ihn übersetzen schöne Blume ne 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 ich bin doch schon Blumenstil alles 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 mit Blumen ist ja schon von GEMO Unternehmen ja ok gut dann einfach nur Genie obwohl wir können uns teilen ich bin jetzt ein Blumenstils Dinger also also quasi nur Rose youtuber ja ne 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 con je ne ja ne aber Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte 500, 600. Das ist auch nice. In der Leitstelle hat sich das gelesen. Krass. Deine Kontonummer? Sekunde. Das ist 433. Mhm. 188. Mhm. 39. Wir sehen ja die wegen mit 39 an, deine Kontonummer. Arbeitest du viel? Äh, durchschnittlich würde ich sagen. Okay, dann tausche ich meine Kontonummern schnell aus. Ja, dann herzlich willkommen, Maik, ist jetzt deins. Ja, hi. Perfekt, danke. Oder morgen früh 6.30 Uhr antritt, ne? Ja, natürlich, weil das auch voll meine Zeit ist. Oh, was ist denn so deine Kernzeit? Also frühestens ab 18 Uhr abends. Ja, aber das ist okay. Bis? Kommt drauf an, am Wochenende länger, 0 Uhr. Mhm. In der Woche eher so 22 Uhr. Cool. Okay. Okay. Ey, aber wenn, das wird hier so ein Noah-Ding, ja? Was? Naja, so ein Vicky-Noah-Ding. Das heißt? Also, Flora stellt sie ein, Vicky sind da, oder? Achso. Und dann ist du plötzlich auch unbestimmte Zeit weg. Ja, nee, ich hab ja nebenbei absolut gar nichts zu tun, also. Echt nicht? Hast du keinen Job nebenbei? Nee, das letzte war die Orsa Group. Oh mein Gott, die stell dich gleich ein als Mitarbeiter. Ich muss auf jeden Fall erstmal wieder in das Fahren mit LKW reinkommen. Ja. Das hab ich jetzt länger nicht mehr gemacht. Hier haben wir definitiv nicht mehr Platz offen als auf dem Ursaal-Gelände. Das geht schnell. Das Office kommt auch gleich noch dazu. Obzi, oder was? Skritzi, ja. Okay. Oh Gott, ich muss mir verstecken. Ich wollte heute shoppen gehen. Ich hab keinen Bock. Ja, da wollten wir jetzt eigentlich auch hin. Was? Na, jetzt wird einige arbeitet. Ja, wir wollten eigentlich zu Boding, ja? Deswegen sind wir hierher gekommen, weil ich hier meine Einkaufstasche im Spind liegen lassen hab. Scheiße. Mike, wollen wir zum Boding, ja? Warst du schon gesehen, was wir für helle Lappen hatten? Das ist schon krass, ja. Also, ich hab gerade schon 1700 Dollar gerade gelassen. Aber ja, natürlich. Wir können eigentlich, weil, ja, wir sind durch. Ich bin sowieso durch. Ich seid, ja. Ja, wenn auch jetzt sowieso entspannte Tage, wenn sowieso nichts kommt. Oh, ja. Das wird alles gar nicht entspannt. Weil jetzt müssen wir ja aufteilen und dann kommt das Rumgeheule und wobei kann mich ja absolut kalt lassen. Wir können doch einfach einen Trailer mit den Sachen auf einen Platz stellen und allen die Fragen sagen, da ist das drinnen und wer zuerst kommt, kann sich das halt rausnehmen. Wir machen einfach die Horror-Games. Nicht richtig. Mit so einem Füllhorn. Dann haben wir wenigstens noch was Lustiges anzugucken. Dann sagen wir, wie ist nun auf Sauberbescheid? Wir stecken einfach Trailer mit Schinkenbescheiben auf der Insel. Genau, der macht mal ein Rätsel. Genau. Er hält doch überhaupt nicht aus, ein fetter Trailer, der oben der Gegend rumstellt. Ja, wir können ihn ja noch irgendwie anders anwarten. Ja, oder im Hafen hinter der Kaimauer. Also, in der Hoffnung, dass er nicht schwimmt. Ja, das ist natürlich zum Anfang, ist das jetzt eine super Zeit, ne? Lieferung wird interessant. Ja, dann hat man aber wenigstens Zeit, erstmal alles kennenzulernen, ne? Mhm. Relativ wenig Stress, Joachim. Ah, ja. Wie ist das eigentlich mit, also, ich hätte mal, Fahrzeuge werden ja dann auch nicht mehr kommen, ne? Nee. Ich hoffe, das hält ein paar Wochen an. Du hast kein Bock auf Fahrzeuge, ne? Eigentlich finde ich das absolut gar nicht schlimm, muss ich gestehen. Ich mache das eigentlich echt total gerne. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Uhrzeittechnisch passt mir sowieso nie irgendwas. Mhm. Aber ich finde Mittwoch und Sonntag die Tage echt grauenvoll. Jeder andere Tag wäre aber auch grauenvoll. Einfach gar nicht. Oh, Chrissy, grüß. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht. Also Mittwochs ist halt, kommen die halt später, weil ich halt erst spät annehmen kann. Box schräg. Ja, da stehe ich zu. Hallo. Oh, da stehen noch mehr. Hallo. Da stehen Menschen, schlimm, ne? Hallo, das ist unsere neue Mitarbeiterin. Warte. Warte. Wir hatten doch schon, Ginny, wir hatten doch das schon auf die Hochschau. Ja, Entschuldigung. Das ist? Ganz wahrscheinlich nicht aussprechen. Sakoyou und so weiter. Fast. Ginny reicht. Ich bin ja den Namen voll toll, Sakoyou. Wird das so ausgesprochen? Sakyou. Nee, okay, nee. Okay, das führt zur Vorsprechung. Ja. Aber dann wirst du ja mit einem Nachnamen angesprochen, das ist ja auch blöd, oder? Also Ginny ist mir tausendmal lieber als alles andere. Okay. Und für alle anderen auch einfacher. Hallo, Ginny, wir kennen uns ja schon. Hallo. Ja, das ist super. Außer jetzt, weil keiner mehr was kriegt. Außer jetzt, ich möchte auch noch ein bisschen kündigen. Warum? Ich hab dir am Telefon abends. Wollte ich gerade sagen, wenn du mal einen Burnout hast von der Office-Leitstelle, sag Bescheid, ich nehme sie ab. Das ist ein Kult. So erinnert sie Luna. Und die rufen alle bei Mike an, wenn Luna nicht rangeht. Er hat so nervt. Mike könnte sich auch einfach ausstempeln und die Leitstelle abgeben. Also ich stempele mich heute nicht ein, mit Zahn- und Kopfschmerzen. Ich wollte auch kurz Hallo sagen, bevor ich gleich wieder ins Neewand verschenne. Ich hab mal ne Frage, ihr Bein. Nö. Welche Beine? Also, ja. Christi, uns wieder an. Kann man nicht. Fischkühle, also fliegen, Würmer. Kann man nicht. Wo soll ich das hernehmen? Soll ich jetzt selbst hier noch buddeln? Ich hab das schon State Park. Die haben das so. Kann man nicht. Echt mal. Das State Park ruf gerade an. Dann sollen sie sie sammeln, mein Gott. Wenn sie ne Anfrage stellen, wir können eh grad nicht liefern. Dann sollen sie sie sammeln. Hä? Die sollen im Office anrufen, Mann. Ja, oder einfach schriftlich anfragen, wie bei jeder anderen behördlichen Anfrage auch. Ich hasse das, wenn Mike den seinen sozialen hat. Also immer im Office-Telefon schmerzen. Nein, ich hab die Leitstelle grad genommen. Bin ja nicht so. Steven Mitchell ist ja versorgt. Wer ist Steven Mitchell? Oh Gott, frag nicht nach. Okay. Ich hab mal bei deines Dingen gearbeitet. Ich kann ihn auf den Tod nicht leiden. Ich wünsch niemandem was Schlechtes. Ihn schon. Warum? Na gern, ich hab auch so ein paar Leute. Ey, ist ganz schlimm. Warum machst du das? Ich verweist dich auf die Leitstelle. Die richtige. Hab ich doch gar nicht mal. Die ist jetzt in qualifizierten Händen. Wir fahren jetzt mal zu Brodinger, sonst kommen wir gar nicht mehr weg. Wir freuen uns auf die Front. Ciao. Wir kommen auch gleich. Schönen Abend. Tschüss. Ja, du mal kurz. Ja. Hab ich eingestellt. Ja, wirklich. Streck dich mal. Ja. Jetzt, äh, offiziell sagt er weiter an. Ja. So schnell geht's. Aber es ist tatsächlich wirklich der beste Moment, jetzt eigentlich in Versalbes anzufangen. Mhm. Mhm, okay. Solange der Importstopp ist, weil du hast halt erstmal jetzt die nächsten paar Tage, hast du halt relativ wenig Stress. Mhm. Du bist gar kein. Ja. Weil kommt dir nix. Äh, aber du kannst dich halt erstmal in Ruhe damit auseinandersetzen, wo was ist. Kannst halt übers Gelände gucken, wo du was findest und so. Mhm. Oder dass dich irgendwer stresst oder so. Ja, gut. Das ist ganz angenehm. Mike erklärt dir auch alles in Ruhe, wenn du den fragst. Ja, das denke ich mal. Du bist jetzt nur in der Cypress LDP aufgenommen, ne? Oder auf meinem Warehouse rein? Äh, nur Cypress. Ja. Gut, gut. Vielleicht auch erstmal. Kann ich auch weiterfahren. Odinger ist ja eh oben in Rockford. Das Einzige, was du beim Mike ein bisschen gucken musst, er ist manchmal ein bisschen sehr überambitioniert. Was heißt? Er ist halt gefühlt, also, doof gesagt, Cypress ist sein Leben. Okay. Und da, er achtet oder besteht teilweise sehr darauf, dass alles so läuft wie, das, also, Job nach Protokoll quasi. Okay. Wenn da irgendwo was zu viel werden sollte, oder sowas, kannst du ihm das aber auch sagen, dann, der nimmt sowas dir nicht gesehen. Ja, das denke ich mir mal. Er wirkt zumindest nicht so, als wäre er schnell eingeschnappt. Ich hab's mir wieder vergessen, was ich vorhin alles gekauft hab. Ich hab Angst, dass ich jetzt wieder alles doppelt kaufe. Ich hab's ja Gott sei Dank auch gesehen. Wirklich, Kim Kaya, musst du mit deiner Karriere so doofstehen. Ist das ihr, oder? Ja. Komm, jetzt halt hier hin. Warte, warte, warte. Du hast mir noch eine Einkaufsdreiche gedrückt. Ich will nicht, wenn wir beide mitschleppen. Ich hab' ich selbst keinen Platz, um Sachen mitzunehmen. Apropos, Moment. Da sind immer noch deine Sachen drin. Naja. Wenn du mal wirklich Probleme oder sowas passiert hast, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, kannst, wie auch immer, kannst du mich ja immer noch fragen. Bin ja auch da. Davon bin ich jetzt einfach mal frech ausgegangen. Ach, ja. 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 Ich glaub, für dich sind alles so ein bisschen in den Fenster rein. Äh, ja. Okay. Lauf nicht zu weit weg. Ich bleib einfach bei dir. Okay. Wir erst mal schon mal, äh, leider. Ja. Ja. Was ist mit diesem, äh, Caroline-Kleid? Können Sie, da soll ich auch mal andere Sachen von anprobieren? Na, das hab ich noch von dir. Ach so. Ja, nee. Also, das, den Schnitt find ich schön. Aber das muss da war mir ein bisschen zu wild irgendwie. Okay. Also, ich bleib jetzt mal. Okay. ich habe es einmal in rosa sollen wir auch blau dunkelblau oder blau mal gucken gute frage und auch das blau immer dann mal dunkelblau mit komplett falsch geschrieben wo muss ich hin wo sehe ich das das siehst du glaube ich nicht hast du mitarbeiter bei dir in der liste ja doch dann siehst du aber komplett falsch hätte nicht mal jemals richtig geschrieben aber wenigstens die telefonnummer ist richtig und die kontonummer muss stimmen das sehe ich nicht war die frau schön ich habe jetzt vier kleider über den armen ich gucke auch noch mal kurz und dann gucke ich auch noch mal kurz und dann guckee ich auch noch mal kurz ich habe jetzt auch noch mal kurz Vielen Dank. Ich habe noch einen Rock gefunden. Das probiere ich jetzt erst mal an. Das Etikett verwirrt mich. Das Etikett steht Perseus Hemd, kurz, schwarz, weiß, weiß, weiß. Das würde ich mir mal anschauen. Ja. Ja. So, ich habe drei Sachen, lass uns mal gucken. Okay. Ja, und dann sind voll super. Ja. 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 Irgendwie nicht nur wild warten. Ich kann ja rangehen. Die hab ich's. Sof, ne? Dass sie hier nur zwei und kleinen haben. Ja. Bonus hat drei. Bisschen wenig. Bisschen wenig. Müssen sie die Toppflanze da unten wegnehmen, gerade hier hinhängen? Können sie da noch einen hinbauen? Der Mensch etwas kleiner ist, ist das besser. Ja. Okay. Vielleicht geben wir jetzt doch nicht nochmal 1700 Dollar aus. Ich glaube, so viele Sachen finde ich nicht. So. Ablagen hier drin sind toll, da ist immer so viel Platz drin. Oh, wow. Oh, wow. Was sagst du? Ja. Darf ich dir mal kurz was in die Hand drücken? Ja, klar. Warte. Ja, gib mal rüber. Kannst du mir wiedergeben. Kann ich mir wiedergeben? So. Dankeschön. Das ist glaube ich auch nicht so, oder? Das fällt mir auch nicht. Vor allem, weil die Streifen hinten einfach schräg sind, glaube ich. Dreh dich mal. Hm. Hm. Ja. Nee, irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht. Ah. Weiß, weiß. Ah. Knöpfe, weiß. Ärmel, weiß. Ah. Verstehe. Brauchen wir euch jetzt ein Kleid hier in der Hand? Äh. Habe ich dir gerade ein Kleid in die Hand gedrückt? Anscheinend. Ja, Mensch. Ein Faltenkleid. Ja, danke. Das weiß, weiß kaufe ich. Ich hoffe ich auch, dass andere gehen wieder zurück. Ähm. So. Äh. Am Hals sieht das komisch aus. Irgendwie schon, ne? Ja. Fühlt sich auch komisch an. Verstehe ich. So, als ob du so Gips am Hals hast. Hm? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja, dich halt gern. Nee. Hm. 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 Achso, bin ich zu dir. Ja, nee. Ja, nee. Wir sind zu knallig. Ich finde jetzt nicht, dass das Wein rot ist. Nee, auch wenig. Hattest du euch geguckt, was du dabei hattest? Ja. Dann wieder raus hier. Scheiße. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, geht ja auch. Findest du? Ja, finde ich schon. Okay, okay. Ja gut, das ist halt ein Menyrock. Oh, das ist halt schwarz, ne? Das ist halt so basic, das ist okay. So, dann einmal, oh Gott. Nee, das weiß ich nicht. Weiß steht ja auch nicht so. Nee. Ich hab mir da auch irgendwas anderes drunter vorgestellt. Aber gut, dann... Ja, auch nicht. Ja, okay. Gut. Ja, ja. Da kümmere ich mich doch um sie. Okay. Das können wir gehen. War hier auch noch was? Ja. Ja. Rilin. Oh no. Oh no. So. Was? Weiter fäng ich an. Ja, fühle ich sehr. Total. Oh Gott, ne. Ne, Noah bin ich nicht. Nee, ist auch nicht so meins. Nee, irgendwie ist es nicht so. Ah ja, schön, schöne Professorbrille. Auch nicht so meins. Oh Gott. Ja, nee, lass mal. Ja, mhm. Was sagst du zu der? Die ist okay. Blau? Ja. Ja. Also blaue Gläsern. Liegt doch gleich mit. Wenn ich jetzt ganz, ja. Hm, also für mich ist hier nichts. Wer ist mit dieser Bulle? Ja. Dann auch zu den Schuhen. Das ist ja kein Lolli. Jetzt, ich kann die immer noch. Also. Ja, dann tu sie kurz mal zurück. Und dann. Und dann? Und dann hier. Oder warte, ich kann sie dann auch einfach rausnehmen. Grab High Heels in Weiß. Nein. Hast du's? Ja, Moment, Moment. Das ist eine Emergency. Ja, okay. Dann suchst du sie raus. Dann kannst du mir sie jetzt geben. So. Perfekt. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Ähm. Ja, gerne. Ja, gerne. Okay. Ja, ja. Ich hab ein paar gefunden. Ja, ich hab auch ein paar gefunden. Mal so richtig rein weiße Lackschuhe. Ich hab ja nur, weil die noch so einen kleinen braunen Ton mit drin haben. Ja, gut. Ja. Dann wär ich jetzt soweit für die Kasse. Ich nicht. Du nicht. Nee. Bereit dafür nicht? Ach so. Na ja. Ja. Was denn? Nee. Darüber hab ich nicht nachgedacht. Hast du da jetzt nicht schon fünfmal durchgeguckt? Nee. Jetzt. Ja, stimmt. Ja. 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 Nein, sie bezahlt. Sie war vor uns da an der Kasse. Aber danach können wir hin, weil dann alle bezahlt sind. Es ist ja wieder free to go. Kompliziert. Wie kompliziert. Wie kompliziert. Nein, du bist ein Barker. Was fisch da los? Sagen wir erstmal wieder zusammen oder was? Ja, das ist glaub ich einfacher. Da kommt übrigens nur über 1000. Ja. Ich glaub das ist der Stine. Ich glaub das ist der Stine. Keine Ahnung, wirklich? Ja, guck mal. Mike ist mit dem Katta unterwegs. Er hat's vorhin angekündigt. Da spricht ihre Auskunft. Ja. 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 Wollen wir vielleicht an die Kasse gegenüber gehen. Ja, das können wir machen. Achso. Ich glaub meine Kollegen ist gerade fertig. Dann können wir doch hier bleiben. Super. So. Ja. Dann geben sie gerne. Ja. Machen sie doch noch mal. Machen sie doch noch mal eine Tüte rüber. Soll das zusammen bezahlt werden? Ja. Ja. Okay, dann sortier ich das nochmal kurz hier bei mir auf die Theke. Ja. Okay dann nehme die nächste Tüte. Na klar, komm. Mh hm. Bitteschön. Ich stelle ihn mal eben hier hin. Okay, ich gebe das mal kurz alles ein. Geht sofort weiter. Ja, dann sechs oder sieben. Jetzt wird hier wahrscheinlich genauso 2000 sein. Ich bin keine derne Bank. Ach, der hat sich nicht kaffiert. Ist ja für einen guten Zweck. Das wird toll, ja. Ja, für einen guten Zweck. Ja, alles cool. Möglich. Wir sind ja im Team. Nein. 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 Hallo, hallo. Hey. Irgendwie witzig aus, wie er einfach mit dem Karton hinterherläuft. Mhm. Ja, das ist der liebe Kollege, der die Umkleidekabine leerräumt. Nee, nee. Wir meinen einen Kollegen von uns, der in seiner Frau hinterherläuft mit diesem Karton. Oh weh. Ja, aber gut erzogen würde ich sagen. Warte. Ja, genau. Okay, dann zeige ich es kurz mal hier. So. Ich weiß jetzt nicht bei DOA, wie das da ist. Da muss ich nachfragen. Ja, ich hoffe ich kann ihm weiterhelfen. Okay. Nein. Ähm. Ja. 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 Ach, wundervoll. Es passt alles in einen Kassenbeleg. Ja. 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 Wir sind dann insgesamt bei Ihnen bei 1852 Dollar. Ja. Alles klar, dann mit Karte bitte. Ja, ich komm einmal rum. So. Bitteschön. Perfekt. So. Pack ich zusammen und kipps ihn einmal wieder auf ungefähr. So. Du sagst mir dann auch da, was du kriegst, ne? Ja. So. Dann einmal die Tüte für den Herrn. Dankeschön. Okay. Oh. Äh. Können, können Sie oder Vincent, kannst du auch mal gucken, hast du eventuell irgendeinen Rock oder so bekommen? Ja. 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 Guckst du mir nochmal rüber, bitte? Ja. Danke. Ja, die, der Highwaist Rock, der wollte nicht zurück. Nicht zurück. So. Perfekt. Dankeschön. So. Sollte aber jetzt alles drin sein. Alles klar. Ihr seht richtig aus. Ebenso. Ciao. Tschüss. Wirklich. So, dann hier sind die beim zweiten Mal. Würd ich nochmal hier. Ja. Der Arm aber war, äh, etwas lautstark hinten bei den Schuhen auch, ne? Äh, hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Nicht? Ne. Ich hab ins Ohr geschrien. Mhm. Was haben wir jetzt gesagt? 1,8 habe ich, ne? Ja. Wie viele Sachen hast du? Ähm. Fünf. Ja. Ich hab da absolut keine Ahnung wie viel die kosten. Ja, dann machen wir einfach eine Hälfte. Ja. Kannst du reinlegen? Sekunde. Okay. Gut. Was hast du denn hier gestern gesagt? Was, was ich noch kriege von dir? Du kannst aber runternehmen. Ähm. Ich glaube 1,7, irgendwas. Äh. War das nicht irgendwas mit zwei? Nee. Ach nee, stimmt. Warte mal. Bei dem 1,998. Hey, stimmt. Ja, genau. Und dann, äh. Warte. Mhm. Da waren es 1998 bei UpToDate. Dann, äh. Warte. Mit dem war das. Warte. Ja, 2,7. Genau, 2,7 war es. Mhm. Jetzt noch 900 um drauf, wenn wir jetzt ungefähr die Hälfte nehmen. Wir sind einfach bei 3,6. Okay. Ist okay. Hast du so viel? Ich hab genug, keine Sorge. Will ich nicht Pleite machen, wenn's nicht geht. Ich bin bei über 10k, okay? Ich hab mir da doch schon was zusammengespart. Okay, das wusste ich nicht. Ich hab ja keine Ausgaben, ich muss bei dir ja nix bezahlen. Du musst ja auch nicht zahlen, ist auch meine Wohnung. Hat das Casa eigentlich noch auf? Äh, wieso? Zwei Dinge. Rein theoretisch, ja. Wieso? Wollen wir da vielleicht mal wegen der Hochzeit? Meinst du wegen Traugesprächen sowas schon mal ansprechen? Ja. Boah, kann man machen. Also hier ist ein bisschen Geldautomat. Los. Die mich weiter hin und her schieben. Das ist Casa-Seite eigentlich noch auch in der Arm, wir schauen mal nach. Äh, kannst du mir eventuell deine Kontonummer geben? Oh, warte kurz. Wie viel war das jetzt? Sieben... Äh, Quatsch. Sieben. Das ist 7.000. Es waren 3,6. 3,6, okay. Ja. Äh, wo? Was ist heute Dienstag, ne? Äh, ja. Bis 22 Uhr haben die auch, ja. So. So, warte. Kontonummer... 10. Ja. Äh, 684. Ja. 154. 154. 154. 684, 154, 61. Da wird schon passen. Ja. Also, wenn, dann möchte ich das Noah an dich überweisen und nicht an irgendjemand anderen. Ja. Was dir egal ist, ob das Geld ankommt oder nicht, das weiß ich. Soll ich mal gucken, ob es angekommen ist? Ja. Ja, ist angekommen. Perfekt. Hätte ich schwer, dass hab ich ihn da ausgegeben. So besonders. Wieso? Ja, ich geb ja sonst, also wirklich, meine Kontobewegung ist halt einfach so quasi null. Mhm. Außer ich bin halt arbeiten, dann verdiene ich ja immer Geld und so. Und dann den Eintags einfach minus 6.000 Dollar. Ups. Äh, warte mal. So, Moment, ich sollte nochmal Geld einzahlen. Okay. Wollen wir nicht erstmal die Klamotten wenigstens nach Hause bringen, bevor wir zum Casa fahren? Das können wir machen. Mal vor Augen und so. Ist ein Argument, geb ich dir ja recht. Achso. Was denn? Moment. Ja, ich wollte jetzt nicht aus dem Auto springen. Würde ich dir auch nicht raten. Können schmerzhaft werden. Ja, ich glaube auch. Und teuer, wenn das Auto dann irgendwo gegenfährt. Hm. Bisschen Spiel auf die Wäuse gedruckt. Föger, wie oft haya Alles gedruckt. when So, sorry. Du müsstest vielleicht gleich einmal auf Venture gucken. Du müsstest vielleicht gleich einmal auf Venture gucken oder auf Venture? Also Mails. Okay. Super. Jetzt habe ich wieder keinen Platz im Kleiderschrank. Wie gesagt, das wird immer schlimmer. Ja, vielleicht wirklich deinen Rüberräumen einmal. Ist mir eigentlich egal. Ich kann auch rüberziehen, wenn du den Schrank hier haben willst. Mir ist das auch egal. Jetzt habe ich einfach tatsächlich verschiedene Röcke hier im Schrank. Ich glaube es nicht. Und Kleider. Oh nein, wie schlimm. Blümme ist, Prolabs wollen wir eigentlich auch noch machen. Ja, das wird für mich auch noch ein Killer. Da falle ich glaube ich dann wieder unter 10.000. So. So, ich muss jetzt bei Venture gucken, was du gesagt hast. Ach ja. Ich brauche da dringend deine Meinung, weil ich habe da zu lange drauf gestartet. Ich habe da mittlerweile keine Meinung mehr zu. Ich habe da zu lange drauf gestartet, ist keine Meinung mehr zu. Ja. Ja. Ich habe da dringend. Ja. 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 Also Uhrzeit müssen wir auf jeden Fall nochmal ändern Ja, ich habe erstmal was reingeschrieben Ich habe halt tatsächlich, also eigentlich habe ich so ein bisschen gedacht, wir wollten ja eigentlich auch das so Deine Kultur und meine zusammenführen, dachte ich Das hatte ich mit den Farben gemacht In Farben gemacht? Blau und Grün, das ist so ein Das fällt aber kaum auf Ja Warte mal, jetzt kommt mir da gerade eine Idee Okay Die muss ich mir nochmal aufschreiben Warte, das ist noch mehr, warte Ach du hast nur die? Ich habe das erste Bild gesehen Ach so Warte Ich habe gerade so, hä, warum bist du denn da so ein Balken rechts? Hier, ne, warte, lass mich noch gucken Mhm Okay Also wenn ich, boah, also wenn dann einer von den letzten beiden, dann muss ich tatsächlich sagen, am besten gefällt mir da das vorletzte Also auch Also auch Was auch Ja, aber das ist auch meine Tendenz gewesen, das vorletzte Ja Aber es ist halt Sieht halt ganz schön aus mit dem Goldstich da noch mit drin und sowas Ich bin, ich habe nämlich gerade überlegt, ob man als ganz, ganz leicht wie so eine Art Wasserzeichen im Hintergrund Und Mehr darstellen könnte Also wirklich nur hauchzart Und Ein, zwei Federn Adlerfedern Ja Das, das, das wäre eine Idee Okay Also vom Rom-Design finde ich auf jeden Fall das vorletzte sehr, sehr schön Okay, dann nehme ich das und dann werde ich da nochmal ein bisschen dran rumprobieren Da solltest du übrigens, ähm, deinen normalen Namen reinschreiben und ich Ich wusste, dass du das sagst Ja, es ist halt dein Spitzname und dein Spitzname gehört nicht in so eine Einladung Ich kann mit dem aber nichts anfangen Ja, aber trotzdem ist das dein Name Ja, schön Ach, ich guck nochmal Ich würd schöner fühlen, wenn der normale Name da drin steht Obwohl du mich noch nie so genannt hast? Ja, auch wenn ich dich nie so genannt hab Schon ein bisschen widersprüchlich findest du nicht? Nein, find ich nicht, weil mein Name steht da auch nochmal drin Ja gut, du hast aber auch nur den Klingt aus dem Spack von Manoa, der sagt dir auch was anderes Kartoni? Soll ich Kartoni da reinschreiben? Oder Tönchen Bitte was? Da hab ich mich auch schon Tönchen genannt Nicht dein Herz Doch Äh, warte mal Die Taschen Meine liegt oben Ich räum das gleich an den richtigen Ort Komm schon Überleg mir das nochmal Ja Also, wie gesagt Ich würd schöner Ich freu mich dann zwar auf die ganzen Nachrichten vorwiegen Hast du dich jetzt plötzlich getrennt und hast du wen anders? Ach so Mh Wenn du mit dem T20 fahren Ich find halt, es ist halt eine offizielle Einladung, weißt du? Es ist halt nicht so Jaaa Keine Party Einladung Das ist mir schon klar, aber Die meisten kennen nicht mal den Namen Sakyou Die, die ich einladen würde Du musst dir noch Klammer drunter schreiben Wow Übermiss Einem Genie Und wenn ich da drauf gucke, dann fühlt sich das auch eher befremdlich an Ja, dann schreibt der Genie drauf Ja, ich guck nochmal, okay Prostendlich musst du es trotzdem Also, spätestens beim Traugespräch, wirst du so oder so genannt Ja gut, das ist was anderes Die Leute wissen ja, dass ich eigentlich anders heiße, nur die wissen alle nicht wie So Also sind da ganz viele Leute, die den echten Namen nicht mal kennen Ne, ganz viele nicht Aber die können sich den halt einfach nicht merken Oh Aber die nicht doch einfach Gartner als Nachnamen nehmen Das können sie sich vielleicht merken, sie schreiben es nochmal falsch Schwierig Schwierig Haben wir welche Sachen dabei, die wir nicht dabei haben dürften Ähm Joint zählt nicht dazu Der Kofferraum ist vorne, wenn du einen Kofferraum suchst Achso, ne, da wollte ich gar nicht hin Okay Hallo Hallo Sie möchten einmal zum Tresen? Ja Da müssten wir sie vorher einmal ganz kurz durchsuchen Na klar Ja Ist für die Damen in Ordnung, wenn ich das machen würde Wir haben keine weibliche Kollegin da Ja, alles gut Okay Perfekt, dann schauen wir mal kurz drüber Haben sie einen scharf oder spitze Gegenstand, an den ich mich verletzen könnte? Nein Ist dabei, super Dann würde ich einmal ganz nur hier am Oberteil an den Taschen einmal kurz abtasten Mhm Und dann ist es gleich auch schon geschafft, ja So, und mit gleich meine ich genau jetzt Sie dürfen die Hände gerne runternehmen und dürfen zum Tresen gehen Perfekt, dankeschön Gerne So, der Herr Wenn, macht das halt immer noch gut Mhm Warte kurz Können ruhig näher treten Wir wollen jetzt stören, ne? Das ist alles gut Hi Wir hatten eine Frage zu Eheschließung, Traugespräch, alles um und ran Wie es abläuft und so weiter Ja, kommt ganz auf sie an Wow Okay, heißt? Ja, im Prinzip sind die Standesbeamten hier diejenigen, die einfach nur den Tag mitgestalten Ja Das heißt, in den meisten Fällen kann man einen Termin vereinbaren, wir machen das tatsächlich so, weil wir halt auch ehrenamtliche Standesbeamten haben, die hier nicht arbeiten, aber dementsprechend das machen dürfen Ja Dass man eine Venture-Mail einfach an das City-Clerks-Office schreibt mit den Namen von den beiden Personen, die heiraten möchten Wenn das schon feststeht, auch ein Datum und wo das Ganze stattfinden soll Wenn das noch nicht feststeht, ist das auch nicht schlimm, dann würde man sie trotzdem zu einem Traugespräch einladen Ja Das heißt, da wird dann alles thematisiert in der Richtung, also beispielsweise welcher Nachname wird angenommen, wie wird die Trauung, also wie soll sie vonstatten gehen Dann soll überhaupt jemand vom Standesamt diese Traurede halten oder macht das irgendjemand anderes und man steht halt nur dabei, sage ich mal, um halt das Ja-Wort abzunehmen Okay Man kann eine personalisierte Traurede von den Standesbeamten fragen, dann fragen die natürlich nach ein paar Details, wie beispielsweise das erste Kennenlernen oder wie war der Antrag, sowas, womit man dann eine Traurede gestalten kann Dann wird auch dann alles organisatorisch in der Richtung geklärt, ob sie Trauzeugen haben, die auch ihnen noch eine Traurede oder halt etwas sagen möchten Ob sie ein Gelübde sich gegenseitig sagen möchten, ob das vor dem offiziellen Part kommen soll oder erst nach dem offiziellen Part Durch den ganzen Ablauf einfach Ja, im Prinzip nur den ganzen Ablauf Also wir sind uns die, ich nenne es mal ganz nett, die Schachfigur für den Tag, wo man uns dann hinschickt, weil wir gestalten es nur mit um einen sehr schönen Abend Okay, alles klar Wenn man eine Location quasi, sie haben ja beim Casa ein paar Locations mit drin stehen Kann man das dann an diesem Vor-Ort-Termin auch besprechen, dass man gerne diese Location bieten würde? Ja Okay, perfekt, gut, dann machen wir das so Wenn sie sich schon vorher sicher sind, können sie das auch tatsächlich schon in der Mail mit reinschreiben, dass sie quasi diesen Tag buchen können schon, dass der nicht weg ist, dann beispielsweise Alles klar, dann machen wir das so Also, das ist alles möglich Alles klar, dann schreiben wir die Mail und dann warten wir auf die Rückmeldung dazu Darf man fragen, ist das sehr kurzfristig, wann die Hochzeit sein soll? Nee, bis nächsten Monat Ach ja, dann... Also wenn das nicht kurzfristig ist für sie Nee, kurzfristig ist für uns morgen Ja, nee, 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 keine Sorge, so schnell dann auch nicht Alles klar, gut, dann bedanke ich mich für die Auskunft und dann noch einen schönen Abend Ja, danke gleichfalls Ciao 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 Tschüss Nein, hab ich nicht So Gut, also eine Mail schreiben Na klar Es ist so klar Ja Es ist halt, wie es ist, ne? Es ist, äh... Das machen wir es ja auch nicht anders Ja, das stimmt Wenn jemand auch was haben will, bitte eine Mail schreiben Hallöchen, Paco, na? Ja, aber dann können wir ja das Datum schon damit eintragen Dann können wir auch schon eintragen, wo wir was machen wollen und sowas Dann können wir ja quasi eigentlich schon alles selber festlegen Mhm, wie sieht's mit Deko aus? Ähm... Letztes Mal da oben wird nichts sein, das heißt, wir werden uns definitiv nochmal mit dem Flower Shop in Verbindung setzen müssen Mhm Ich hätte fast gesagt, wir können ja Nora fragen, ob die noch was haben Nee Ich weiß allgemein nicht, wie das da aussieht, sind da Tische, Stühle Äh, ich war da selber auch noch nicht drauf, da müsste man mal fragen, wenn wir dann den Termin haben Ob man sich das mal vor Ort anschauen kann Ob man sich das mal vor Ort anschauen kann, dass man das mal planen könnte, was man alles ordern kann Weil zur Not könnte man ja immer nochmal gucken, dass man vielleicht mit Chrissi redet Die ist ja bei, ähm... Wie heißt das? Paradise Alice Moments Alice Moments Ob die sonst auch was noch zur Verfügung stellen können an Deko oder an Tischen oder sonst irgendwas Mhm Dass man das mal ein bisschen angenehmer macht da Und wo ich eigentlich davon ausgehe, wenn das eine Hochzeitslocation ist, die vermietet wird, dass da schon Sachen fertig stehen Ja, lieber vorher einmal schauen Ja Äh, ja Dann darf ich Noah noch von seinem Glück berichten, obwohl der es glaube ich eh schon weiß Was? Dass er auch eine Rede halten darf Achso Ja, wenn er mich in so eine Scheiße reinziehen kann, dann ziehe ich ihn auch in eine Scheiße rein Das ist mit der personalisierten Traurrede, finde ich aber eigentlich auch ganz cool Ja Ich weiß bloß nicht, ob ich das jemandem vom Kaser halten lassen will, bin ich ehrlich Sie hatte doch irgendwas von ehrenamtlichen Leuten gesagt Ja, die Traurrede kann auch wer anders halten, es geht nur darum, das Ja-Wort abzunehmen, das müssen die Standesband machen Achso, ja dann Und das andere können wir selber bestimmen Ich hab gehört, Vicky hat bestimmt voll Bock darauf, so eine Traurrede zu halten Ja, aber das wäre dann, ja dann lass uns das einfach, wow, oder so mal fertig schreiben Mhm Dann Ich muss noch kurz gucken, was hat sie gesagt, das ist die Clarks Office Ich hab nur Kaunawedge verstanden Das hab ich noch 100 Pro bei sich auf der Seite stehen Warum könnt ihr das nicht einfach auch wie, keine Ahnung Landesamt nennen Das ist einfach mal anstrengend Das ist einfach mal anstrengend Was anderes als Shamrock Ja, find ich aber tatsächlich gar nicht so schlecht Dass man eine Alternative zu diesem Verein kommt Ja, weil ich will Weil ich bin immer noch der Meinung, dass das eine Sekte ist Ja, ich kann da absolut so, nein Weiß ich nicht Aber du kennst meine Meinung dazu, ja Ja Ach ja, City Clerk's Office heißt das Ja, bei mir ist so lala, Erkältung ist leider immer noch da Ach, die haben da Ja Deswegen bin ich auch nicht ganz so frisch Ja, haben sie, okay Cool Was, Bi, hm? Die haben da auch Bilder im Account von denen Wie wird da geschrieben? Dann gib einfach nur mal City ein und dann unter Registrierte Benutzer ganz unten Ach, Clerks Aber Da ist unsere Location nicht mit dabei Ach, echt jetzt? Ja Es ist mir übrigens, also ich hab mir Eine Sache würde ich tatsächlich gerne umsetzen wollen Ja Und zwar, dass die Trauung Richtung Osten ausgerichtet ist Das sagst du jetzt, während wir ein paar, also ein Gebäude mieten wollen, was Richtung Westen ausgerichtet ist Und warum Richtung Osten? Weil Weil Wenn das okay ist Ja, schon Macht's jetzt nicht leichter, aber ja Tut mir leid Alles gut Alles gut Ja, bestimmt auf ihn Irgendwie Ja, dankeschön, ich hoffe dir geht's aber soweit gut Jetzt aber erstmal nach Hause Ist eine gute Idee Okay Fluggeld ausgegeben Heute Wenn ich dann wirklich mal wieder arbeiten Wenn ich dann wirklich mal wieder arbeiten Nachnamen dann, dann werde ich wieder komplett an der Cover unterwegs sein Die einfach niemand mehr erkennen Ja Problem darin ist, wenn sich, wenn dann der Name auf und mal eingebrannt ist, dann merken sie es auch Ja Wie mit Daniels Ja, das stimmt Wenn der Name dann so ungewöhnlich ist, dass die Leute es einfach wissen Hm, dann hilft es auch nicht mehr, dass ich Ginny heiße Ja Ja Achso, ähm, was mir da noch einfällt Du hattest ja, äh, gefragt, also du meintest ja sowas ich davon halte wegen deinem Grafikdesign-Sachen und sowas, ne? Ja Habe da eigentlich auch mal gesehen, welche Maße und sowas du nehmen kannst für so Sachen Ich hatte vorhin ein bisschen gesucht, aber ehrlich gesagt nicht wirklich was gefunden Also wenn du normale Postings machen willst auf Venture, da hast du ja ein paar Sachen Mhm Äh, und zwar, warte mal was, hier war das genau Also wenn du direkt, äh, da, 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 da dann ein Stück runter und da hast du links Venture-Richtlinien Hast du es? Moment, ich bin jetzt ganz normal auf Venture Genau, dann scrollst du ein ganz kleines Stück runter Ja, ach da Dann links auf der Seite hast du Venture-Richtlinien Mhm Mhm Genau, und da kannst du mal drauf gehen und dann landest du auf einer Seite Da steht dann erstmal ganz viel Text, noch mehr Text, noch mehr Text Dann stehen noch ein paar Richtlinien für so KI-Sachen und so Mhm Äh, oder dann Dann Venture-Format-Richtlinien, da hast du dann zum Beispiel die ganzen Äh, wenn du zum Beispiel jetzt Bilder erstellst, damit hochladen darfst Mhm Äh, ja, genau dann, wenn du Wo ich das nochmal gefunden hatte Äh, genau hier, wenn du, ähm, für Unternehmen zum Beispiel Logo machen willst oder sowas Mhm Äh, das darf maximal 200 x 2 x Pixel groß sein, wenn das jetzt ein Unternehmenslogo ist für Venture Ja Äh, dann, das mit Banner Genau, und das Banner darf maximal 1430 x 232 sein So, maximale, äh, Dateigröße 1 MB Mhm Mhm Das halt schon mal auch wie hast und so Das ist auf jeden Fall gut, danke Bei Kopf und Fußzeile kann ich sonst nochmal gucken, was ich damals von YK geschickt bekommen habe, wie groß die Sachen sind Mhm Wenn du dich daran orientieren kannst Ja, das wäre hilfreich Wenn du das weiter machen willst Tatsächlich, ja Also die Einladung gefällt mir sehr, wenn du die umfasst, das ist doch schon cool, also Dann kannst du definitiv auch schon Kunden gewinnen hier Das ist gut zu wissen Und ich sag mal so, Grafikunternehmen verdienen jetzt auch nicht schlecht, ne? Okay, was die Preise angeht, dann muss ich sowieso da nochmal gucken Ja Kannst du mir sagen, was du immer bezahlt hast dafür? Ja Ja, als Newcomer ist es halt immer schwierig, wenn du ein etabliertes Unternehmen bist oder ein etablierter Designer, dann ist das halt schon was anderes, ne? Ja gut, ich würde es natürlich am Anfang erstmal entspannt machen Als Freiberufler sowieso immer schwierig, weil du ja, du darfst ja irgendwie nicht über 10.000 im Monat kommen oder sowas Nein, dann Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich über 10.000 kommen werde Ja, warte mal ab, die Leute stürzen sich teilweise echt auf neue Grafikdesigner und sowas, wenn die sich selbst anpreisen Okay Weil es machen nicht viele, das ist das Thema Du hast eigentlich hier aktuell nur FM Pictures und VK Reflex Recht? Ich hätte gedacht, es gibt wesentlich mehr Du hast ja noch ein paar Fotografen, die so nebenbei halt ihre Bilder machen und so Ja Aber so richtig Design von Logo und also quasi Corporate Design Macht eigentlich kaum einer, bis auf die zwei Ja gut, dann weiß ich da Bescheid Also es ist auf jeden Fall ein Markt, der nicht gerade entdeckt ist Und Unternehmen sind ja auch immer wieder bereit, mal zu gucken, was macht denn wer anderes, ob denen das vielleicht besser gefällt Hm Ja okay Gut, dann los, ab ins Bett Ja So Bäh Ich liebe dich Ich liebe dich So Dann würde ich jetzt aber auch ausmachen, weil mir geht es auch nicht so richtig gut Und mal schauen, ob ich morgen da bin, kann ich nicht sagen Hängt davon ab, je nachdem, wie ich mich fühle Aber dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht Danke, dass ihr dabei wart Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Kannstens Untertitelung des ZDF für funk, 2017